Moin moin und hallo Leute, mein Name ist FreshG und ihr werdet meine Stimme wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal auf diesem Kanal gehört haben. Ich möchte euch eine Nachricht überbringen. Und zwar ist es so, dass wir in letzter Zeit immer mehr von den Killcams bekommen oder von den Spawnshots und wie ich sie so liebevoll One-Hit-Wonder nenne. Aber was uns arg fehlt, sind die ganzen Feats. Also Clips, wo ihr mit einer beliebigen Waffe durch die Gegner rennt und ein nach den anderen in euren Feed nascht und den Gegnern so richtig aufs Näschen gebt. Davon brauchen wir mehr von euch und deswegen möchte ich euch auffordern, nehmt euer Pad in die Hand, nehmt eure Maus oder Tastatur und fragt was das Zeug hält. Sendet diese Clips einfach an uns und wir werden die ganze Top-Shot-Reihe etwas rebooten. Und zwar werden wir nicht wirklich zu Beginn jeden Tag eine Episode rausbringen, sondern einfach ein bisschen größeren Zeitabständen und das Ganze auch nicht mehr mit einem Datum versehen, sondern einfach Episode 1, 2 und so weiter nennen. Das Ziel soll sein, dass wir wie vor circa einem Jahr einfach wirklich richtig krasse Feats, die etwas länger dauern, veröffentlichen können, euch die Möglichkeit geben, euren Skill dem Publikum zu zeigen und Kommentatoren die Chance zu ermöglichen, sich einem größeren Publikum zu offenbaren. Ich hoffe, dass ihr Lust habt, weiterhin zu daddeln und somit sage ich einfach mal Happy Fragging. Bis dahin. Ciao.